30 Jahre und ich habe vorhin, als ich durchs Publikum laufen durfte, habe ich so viele Menschen gesehen mit T-Shirts von ganz früher, von Tourneen, die 20 Jahre oder noch mehr her sind. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn man als Künstler so etwas sieht? Das ist herzzerreißend. Ich danke euch für eure Loyalität. Für 30 Jahre Treue, es gibt nichts Wertvolleres für uns, wenn wir so ein Publikum haben und wir möchten so viel wir können zurückgehen. Es gibt nur ein Wort auf München. Danke! Und jetzt hier! Hilft uns! Ihr seid die Grössten! Danke, Liebens! Oh, Mocha! So, da auf die Karte. Geht noch was zum Schluss, komm! Doch zweimal! Finale! Jetzt mal ich! Jetzt mal ich! Jetzt mal ich!